Herzlich Willkommen bei S21 Bautoschau. Heute wird die Deckenplatte BA3 unter der Bahndirektion betoniert und auch das letzte Stück von hier aus gesehen davor. Von der Stadtgeometrie hier gesehen hinter der Bahndirektion. Also rechts die Pumpe für das Feld, das nach außen liegt und links, da sieht man deutlich, das verschwindet im Gebäude und auf der anderen Seite steht auch noch eine Pumpe und das zeige ich mit dem anderen Video. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.